Was? Drei, zwei, leu. Hä? Oh, leu. Äh, wir sind in ein laufendes Spiel reingejoint, Max. Wir spielen erst nächste Runde. Nice one. War ein gutes Game. Das war's dann wieder mit der Next-Marschwein. Weiter. So Leute, und damit willkommen zur nächsten Runde Star Wars Battle 2 Multiplayer. Diesmal spielen wir einen Raumkampf mit dem Maximilian. Das ist meine erste Runde und ich hab echt schon gar keine Bock, weil ich weiß, welch ich klasse spielen soll. Welch soll ich spielen? Keine Ahnung. Ein Bomber hat viel Leben, ist langsam. Abfangjäger ist schnell, wenig Leben. Jäger ist ein bisschen vorbei. Welchen Jäger? Okay. Ich hab auch immer Jäger. Vor allen Dingen Jäger ist ein X-Win, ganz ehrlich. Ja, du bist halt einfach scheiße. Aber. Spars, ich bin scheiße. So, Corvette beschützen. Okay. Erstmal müssen wir jetzt die Corvette zu beschützen. Du, das ist halt Todesstammt rum. Das heißt, der Beta. Ja, das ist viel geiler. Das Steuern ist ja schon mal viel. Da kann man mit oben nach unten drücken gar nichts machen, außer alles Tappen. Oh Gott, wie? Äh, äh, äh. Ah, das muss ich jetzt lenken. Okay. Oh. Mein Gott, ich hab grad richtig Angst, hier irgendwie in den Trümmern irgendeine Scheiße zu bauen. Ich will, ich fliege gar nicht so wie sonst immer. Weil das ja einfach richtig Risky-Frisky ist. Oh, Leute. Was will, hier will irgendeiner was von mir? Oh. Okay. Sorry, Leute. Das war nicht gut. Also, was mache ich auf E? Äh, 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 ja. Äh, ja, schnell schießen. Ist auf jeden Fall viel krasser. Was ist F? Äh, Torpedo. Oh, hört sich gut an. Easy kill, easy life. So, easy kill. Ey, das macht dir echt Spaß, weil es ist jetzt gar nicht mehr so schwer, weil die Steuerung ist jetzt mal cool. Hey, wie dreht man sich so krass nach unten und so? Uff, alter. Oh, ich fliege die ganze Zeit gegen irgendwelche Trümmer-Teile. Wie dreht man sich so komisch nach unten? Du, wie gesagt, für die Moskid-Teile nach unten. Drückst du aber vielleicht noch ein bisschen D? Weil in irgendeinem Battlestrond, oder in irgendwas gab es mal, konnte man einen Kasten drücken, da dreht sich die Zehnung an. Das ist F2, F3, ja, ja, das war bei Battlefront 1, das gibt's ja nicht mehr. Das ist nicht mehr, achso, ich dachte, das ist ja weiter. Aber du kannst trotzdem mit ein bisschen Skill, ein bisschen Können und ein bisschen Glück, ein bisschen Skill und ein bisschen Können, kannst dir auch noch Torpedoes, äh, ablenken. Kannst du eigentlich gerade die ganze Zeit nur Bots töten? Das wird ziemlich bitter. Was ist los? Ich töte, glaube ich, gerade fast die ganze Zeit nur Bots. Bots, Bots, ja, Bots, nur Bots. So, zack. Ah, TIE-Bomber töten, das krieg ich hin. Ja, ja. Hallo! Ja, ich hab hier gerade einen Feind an der Backe. Boah, bin ich langsam. Nee, die sind mich reingedrungen mit so Stang-Obama. Du kannst aber nicht, also dann, dadurch kannst du eigentlich nicht sterben. Okay, irgendwer hat einen gekillt, aber irgendwer hat einen Trümmer von dem in mich reingedrungen. Oh mein Gott, ich muss gerade richtig... Oh mein Gott. Die haben das ja nochmal unnormal geändert. Ja, warte, ich muss, ich flieg gerade übelst durch die Trümmer, weil ich gerade eine Rakete loswerden musste. Ohne Witz, das war gerade, äh, Arschha-Klapp. Wie du es sagen würdest. Wie, ich sagst du immer. Du sagst es immer, du hast es erfunden, Junge. Na, Mama, bitte. Ach, kaka. Boah, gerade spiele ich aber echt nicht so gut, da werde ich die ganze Zeit verbombern oder so weggerissen. Hm. Aber ich bin immer noch über dir. Ja, jetzt fliege ich dir eine Scheiße rein. Ja, habe ich gerade am Anfang auch gemacht. Oh, die Gegner haben schon die Slave 1. Bin ich schon verloren, oder? Guck mal. Hä, nein, danach geht es ja noch weiter. Wir haben noch 20% den Preisstelle. Ja, danach geht es noch weiter, wie bei Galactic Assault. Ach so, ah. Als, mein Gott, ich werde die ganze Zeit... Oh, vom Jäger wurde ich jetzt weggeknallt. Aber gerade läuft nicht so bei mir. Also normalerweise spiele ich echt auch wieder besser. Aber man kann ja auch viel sagen, ne? So ist ja nicht. Ah, na. Was ist denn das jetzt hier? Ja, die Teilbomber kommen, die knall ich jetzt weg. Ey, Mann. Ich fliege den ganzen Tag irgendwo gegen, auf einmal da ist was. Und dann versuche ich so wie früher mit BASD zu lenken, ne? Und auf einmal, ich vergesse ich mit der Bausteuerung. Ich glaube, wir würden vielleicht gleich noch was gewinnen. Lol. Die gehören das an alle zwei Dinger. Ja, können wir theoretisch. Okay. Ja, ganz ruhig. Mein Gott, Alter. Oh mein... Oh Gott, ich hasse es hier, du. Tschüss. Oh nein. Nicht, nein. Nein, kein Torpedo. Torpedo böse. Böse Torpedo. Böse Torpedo. Torpedo, geh weg. Torpedo. Torpedo. Easy. Er ist weg. Ich bin voll verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, ne? Ich werde gerade die ganze Zeit von irgendeinem Torpedo verfolgt oder so. Oh, ich spiele auch in Millennium Falcon. Bist du wieder verteidigen, alles? Ja, ja. Aber guck. Boah, jetzt in dem Tumorfeld spiele ich den Millennium Falcon. Ich habe mir das echt nicht gut überlegt. Ohne Witz, Max. Ne, ne? Oh mein Gott, ich bin gerade schon fast in einen Tränen geflogen. Das wäre es, ja. Du könntest im Millennium Falcon und direkt. Ja, aber ohne Witz, das ist gerade echt ein bisschen krass. Das Ding ist zwar flach, aber das ist breit ja wie deine Mom. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier runter, da hoch. Komm, Steilvorlage. Oh mein Gott, ich bin ja voll verwirrt, alle. Alter, von wem werde ich denn jetzt gerade? Alter. Wer will mich denn jetzt gerade so halt? Weghauen. Tschüss, Leute. Das war's mit euch. Ihr seht mich nicht mehr wieder. Ja, ist gut. Oh, ich bin irgendwie ausgeliehen, aber ich weiß nicht mehr, wo ich bin, Alter. Ja, du kannst ja auch abhängen, indem du schnell hinterher irgendwelche Sachen fliegst oder so. Ein Partei halt dagegen. Das mache ich immer. Ja, das ist mir klar. Ja, egal, ich bin nie tot. Die haben mich so tot gehandelt. Ohne Witz, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay, Millennium Falcon sollte man nicht spielen. Du sollst so Luke Skywalker oder so spielen. Ich kenne die eh nicht. Echt nicht? Ja, es sieht aus wie ein normaler X-Wing. Aber ich habe keinen Luke Skywalker, oder? Wer ist das? Doch, klar hast du. Ist ein normaler X-Wing. Du hast... Beim Raumkampf hast du alle Helden. Die Gegner sind ja richtig schlecht, oder? Ja, nee, aber hier gewinnen. Also, das habe ich auch schon gespielt. Hier gewinnen eher selten die... Im das Imperium. Du bist Erster. Echt? Ja, ja. Also, so schlecht sind die Mails. Loll, hä, loll. Das war gerade irgendwie ein bisschen buggy. Ich habe auch ein bisschen gelegt. Ups, egal. Du kannst ja auch den... Jetzt bin ich nicht mehr Erster übrigens. Du kannst ja auch den Yoda-Ding von uns fliegen. Sieg. Und gewonnen. Easy, Junge. So viel gemacht. Loll. Ey, ab... Ab morgen bin ich echt mal verwirrt. Ich wusste ja nicht, was hier abgehen. Ja, am Anfang bin ich halt nicht auf die Tumor klargekommen. Da bin ich so zweimal in irgendwelche Tumor eingeballert. Der Kriegs. Der kennt ihn nicht. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Tschüss, Silly. Vielen Dank.